Ob terroristische Anschläge in der U-Bahn oder die Rettung von Verletzten aus einem Autowrack. Es kommt auf jede Minute für die Rettungskräfte an, wenn ihr Einsatz gefordert ist. Die Rettungsschule Niedersachsen des Deutschen Roten Kreuzes probt deshalb täglich für den Ernstfall. Und nun auch mit Hilfe neuer Techniken rund um das Thema der virtuellen Realität. Davon überzeugte sich auch Ministerpräsident Stephan Weil bei einem Kurzbesuch in der Rettungsschule. Die bundesweit einmalige Technik nennt sich Virtual Rescue. Sie soll zukünftig bei der Ausbildung von Rettungspersonal eingesetzt werden. Virtual Rescue ist ein virtuelles Realitätssystem, bei dem Avatare, also künstliche Figuren in einer dreidimensionalen Scheinwelt, hier die Explosion in einer U-Bahn-Station darstellen mit einem Massenanfall von Verletzten. Und in diesem Szenario kann man üben, was man in der Realität kaum üben kann, nämlich die zeitgerechte, adäquate Erstversorgung und Klassifizierung von Patienten, auch für deren geeignete Form des Abtransportes, was man sonst eben in der wirklichen Welt kaum nachstellen kann. Denn man kann hier nicht nur sichten und analysieren, sondern man kann auch erste Behandlungsschritte vollziehen. Aber auch andere Simulationsmöglichkeiten werden erprobt. Wie zum Beispiel das Training mit dem sogenannten Sim-Man, einer lebensechten Simulationspuppe. Beispielhaft werden hier realitätsnahe Notfälle dargestellt. Ohne technische Hilfe wäre dies nicht möglich. Ein Meme kann ja einen Verletzten oder einen Erkrankten darstellen. Aber er kann natürlich niemals die körperlichen Symptome zeigen. Das heißt, sein Puls verändert sich nicht, die Funktion der Iris verändert sich nicht. Man kann wie im echten Notfall agieren, ohne dass man irgendwen gefährdet oder ohne dass man hier ein Szenario hätte, das jenseits der Realität ist. Die Rettungsschule des Deutschen Roten Kreuzes bildet seit 1969 Spezialisten für den Rettungsdienst aus. Hier im Simulations- und Trainingszentrum können auf knapp 1000 Quadratmetern über 100 Notfälle simuliert werden. In Zukunft soll die neue Technik Virtual Rescue dann auch flächendeckend in Niedersachsen zum Einsatz kommen. Mit dem klaren Ziel, mehr Leben zu retten.